Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Reihe über Source Code Management. Mein Name ist Jörn Schlingensiepen und der vierte und letzte Teil beschäftigt sich jetzt mit der Integration des Source Code Management Systems, in unserem Fall Git, in Visual Studio. Visual Studio ist die Idee, die wir dieses Semester verwenden und da kann man diese Git-Befehle, die wir jetzt kennengelernt haben, direkt drin ausführen. Im ersten Film dieses Teils soll es darum gehen, ein Repository zu erstellen und zu klonen und dann in diesem Repository einen Grundaufbau für eine vernünftige Solution mit Visual Studio aufzubauen. Wenn wir jetzt die Visual Studio Integration benutzen wollen, dann gehen wir analog vor zu dem, was wir eben gemacht haben. Also wir erzeugen uns erstmal ein neues Repository, das nennen wir jetzt mal VSTest. Wir wollen ja eben nur das Visual Studio ausprobieren. Und dann schreiben wir hier hin. Da können wir auch schon mal eine Readme reinmachen. Und jetzt können wir uns ein Git-Ignore aussuchen. Und da gibt es eins für Visual Studio. Und das nehmen wir mal. Dann schließt er uns diese ganzen Zwischenverzeichnisse aus, wo die Debug-Codes drin sind, wo die Exe abgelegt wird und solche Sachen leisten. Das lassen wir mal leer. Wir wollen ja im Moment noch nichts veröffentlichen. Wenn ich jetzt Create Repository mache, dann sehe ich, okay, hier ist die Readme schon erzeugt und dann gibt es hier eine Git-Ignore. Wenn wir da mal reinblicken, dann sehen wir, die ist jetzt etwas umfangreicher. Also da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Dateien, die eben entsprechend ignoriert werden. Dann gibt es ein paar Unterordner, also zum Beispiel dieses Debug und Release, dass die alle da nachher nicht mit eingecheckt werden. Okay, das Spannende ist natürlich wieder die URL. Also wie kriege ich jetzt dieses Repository auf meine Festplatte? Und dann kriegen wir uns hier, holen wir uns die URL. Und dann machen wir mal Visual Studio auf. So, also ein leeres Visual Studio. Was wollen wir tun? Wir wollen Clone or Checkout Code. Also wir wollen den Code von einem Remote Repository uns beschaffen. Da klicken wir drauf und dann gibt es hier die Möglichkeit, auch lokale GitHub Repositories zu verwalten. Und dann drücken wir hier auf Clone. Wir wollen ja ein Repository klonen und hier kommt jetzt erstmal die URL rein. Und hier können Sie sich jetzt aussuchen, wo das Ganze hin soll. Ich nehme jetzt einfach mal den vorgeschlagenen Ort. Und wenn ich jetzt auf Clone drücke, dann passiert erstmal relativ wenig. Das ist ja alles leer. Also da kann ja jetzt erst noch nicht viel passiert sein. Wenn ich jetzt mal hier reinschaue, was hier so passiert, da ist nicht viel los. Also jetzt ist er hier fertig. Da seht ihr, okay. Also er hat irgendwie so ein paar Objekte rausgeholt. Das ist jetzt unser Ignore-File, unser Readme-File und so weiter. So und jetzt fangen wir an und bauen da unsere Applikation rein. Werfen wir mal kurz einen Blick auf die Idee, wie wir das machen. Also ganz grundsätzlich sieht ja so eine Anwendung gerne mal so aus. Also Sie kennen diese Architekturbilder. Also oben gibt es irgendwelche Anwender, dann gibt es die Anwendung und unten gibt es irgendwie eine Datenhaltung. Also gerade so bei organisatorischen IT-Systemen gibt es ja meistens irgendwo eine zentrale Datenhaltung. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel Word benutzen, haben Sie ja auch eine Datenhaltung. Da liegen halt Dateien auf der Festplatte rum. So, für unsere Zwecke sind es ja oft irgendwelche Anwender, die dann entweder vor so einer Web-Anwendung sitzen oder eben vor so einer Desktop-Anwendung. Oder es ist irgend so ein Robot, also irgendjemand, der im Hintergrund irgendwelche Dateien erzeugt, irgendwelche Reports erzeugt und so weiter. Unten bei der Datenhaltung, da sind wir eigentlich auch relativ festgelegt. Also wenn wir jetzt nicht irgendwas schreiben, was einfach nur Dateien auf die Festplatte schreibt, dann bleibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig, als eine Datenbank zu haben und so ein Datenbank-Management-System. Und jetzt haben wir üblicherweise hier zwischen so eine mehrschichtige Architektur. Also es ist klar, so eine Web-Anwendung muss ich anders implementieren als eine Desktop-Anwendung und auch vielleicht so ein Adapter ein bisschen anders. Der hat halt keine GUI, sondern ein Kommandozeilen-Interface und dann kann der irgendwelche Daten ausspielen oder irgendwelche Daten importieren und solche Sachen. Nach unten ist ja das, was wir in diesem Semester ganz oft haben, gibt es halt ein Modell. Also da wird irgendwie erst mal dargelegt, wie die Daten überhaupt aussehen sollen und wie sie abgespeilt werden sollen. Und dann gibt es hier unseren objektrelationalen Mapper, macht ja bei uns das Entity-Framework, wie das dann in die Datenbank reinkommt. So, dazwischen gibt es jetzt irgendwie so eine Logik-Schicht, das heißt also dieses Modell selber, das wird jetzt bearbeitet mit irgendwelchen Logiken. Also wenn Sie so ein Auto mal ausleihen wollen, da muss irgendwie jetzt gecheckt werden, sind Sie überhaupt zahlungsfähig und dann wird das Auto für Sie allokiert. Und all solche Sachen, die werden eben entsprechend in so einem Logik-Modul implementiert. So, das heißt also, wenn man sich das jetzt anguckt, dann sieht das ja so aus, wenn man so Architekturbilder sieht, als wäre das irgendwie so durchgängige Logik. Aber es ist natürlich in Wirklichkeit nicht durchgängig, sondern es wird natürlich alles einzeln implementiert. Das heißt also, die Idee ist ja schon hier jedes Mal die gleiche Logik und natürlich auch entsprechend den gleichen Quelltext zu verwenden. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass die Web-Anwendung, die Desktop-Anwendung und so ein Adapter jeweils diesen Quellcode-Teil mit reinkompiliert haben. Ja, das heißt also, meine Web-Anwendung, die dann später im Web-Server läuft, die ist im Prinzip ein zusammenkompiliertes Konglomerat aus Web-Logik und Modell. Ja, das gleiche gilt eben auch für so eine Desktop-Anwendung, da ist alles in eine große Echse reinkompiliert mit ein paar DLLs, die auf der Festplatte rumliegen. Aber im Prinzip ist es genau eins. Ja, und genau das gleiche, wenn Sie so einen Adapter jetzt, der irgendwo auf dem Server über einen Con-Job läuft, kompilieren, ja, dann ist die Idee, okay, das sind jetzt alles einzelne Anwendungen, ja, und die benutzen hoffentlich den gleichen Quellcode für die Logik und den Zugriff aufs Modell. Und das kennen wir auch schon, weil sowas ähnliches haben wir ja schon gemacht, wenn man gesagt hat, okay, wenn ich so eine Desktop-Anwendung baue, dann baue ich eben dafür ein Projekt. Und das kann auf diese ganzen Bibliotheksprojekte zugreifen. Und genau so machen wir das jetzt auch. Also wir bauen eine große Bibliothek, in der dieser Modell und die ganze Logik eben drin ist, ja, und dann, werden wir eben hier eine Anwendung bauen, die den Web-Zugriff realisiert, hier eine Anwendung, die den Desktop-Zugriff realisiert und vielleicht hier nochmal so ein Adapter oder eine Test-Anwendung, ja, die dann entsprechend jeweils den gleichen Quelltext benutzt. Und so ergibt sich dann im Prinzip auch unser Aufbau, wie wir jetzt in dem Visual Studio das aufbauen wollen. Also wir haben eine große Anwendung, also eine Bibliothek, wo alles drin ist und dann entsprechend Anwendungen, die diese Bibliothek verwenden. Folgerichtig beschäftigt sich der nächste Film jetzt also mit der Frage, wie bauen wir so eine Struktur in Visual Studio auf. Auf!